Ja, ist das logisch und logisch ist das klar, dass wir hier die Finger nicht von dem Spiel lassen können und gehen recker mit dem 2er rein. Das war ein super Bonus. Hier ist es ohne Multi, aber juckt keine Sau. Hauptsache wir kriegen jetzt vielleicht mal hier eine vernünftige Welt zustande. Vierte, Fünfte. Weitermachen. Ja, genau so. Jetzt wird er natürlich wieder kleben, wir haben jetzt so viele Spiele über. Das ist so ein Witz-Bolt hier. Unglaublich. Ja, geht ja nochmal weiter. Logisch ist die Position ganz hinten. Ja, genau. Gönn doch, Allum, gönn doch. Sei doch nicht so geizig, Mann. Ja, ist er leider. Ja, 290 Knicker nochmal für den Dreh. Ja, gut. Für den ersten Kauf in der Session war das schon mal gut. 800 Klöppstühle. Klöppstühle. Oh, mit mal 3. Mhm. 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 Sprengando. Das war eigentlich auch eine gute Chance gewesen jetzt. Der hat uns natürlich direkt wieder zunichte gemacht hier. Sprengando. Wir gehen mit mal sieben in die Schlägerei hier rein. Also ich werde jetzt mal nichts sagen. Ich werde mir das jetzt einfach mal hier rein feuern. Das kann ja nicht sein. So einen geileren Start kannst du ja nicht haben. Erst mal vorne, damit hinten wieder nur scheiße ist. Neun Spiele. Logisch. Jetzt können wir wenigstens mal ein paar Mäuse bezahlen. Jetzt weiter aber nicht. Komm, hau die zwei Kakerlaken da jetzt rein. Könnte ich ausflippen. Ja, nochmal. Nach mal sieben kommt mal zwei und trotzdem noch scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, also bisher habe ich da noch Fat Rabbit oder Fat Santa auf jeden Fallen. Ich werde auf jeden Fall dickere Klatschen bekommen. Also dickere Gewinne meine ich damit. Das ist ja echt ein Witz hier. Was ist das denn? Das Spiel ist zwar irgendwo spannend, aber irgendwo ist das immer der gleiche Ablauf. Also sechs, sieben Spiele oder irgendwas noch in der Hinterhand. Dann kommt da nichts mehr. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiße ist. Das lacht der mir jedes Mal. Jetzt hast du einen schönen Multi, kommst du wahrscheinlich wieder bis Welt 3. Wenn du Glück hast und danach kannst du den Koffer packen. Dann Einschen. Untertitelung. BR 2018 Da sind wir bei Seite 3. Er kann sich noch bedanken, dass er mal 5 Uhr die ganze Zeit jetzt vorne stand, dass du wenigstens noch die Knete hier einkassieren konntest. Das ist so ein crazy Game, man. Das war's für heute. Daran merkst du schon teilweise, dass er keinen Bock hat, wenn er nicht direkt mal 2 Stück oder so da reinzimmert. Das war's für heute. 5 Spiegel. 3 verkackte Dinger. 5 Spiegel. 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 Mit Achtung Kraft, aber ja gut, kriegen wir noch ein paar Euros zu sammeln, dass wir vielleicht unser Bein hier retten können. Schade, schade, schade. Ja gut, Leute, dann machen wir auch hier mal Stopp und dann gucken wir gleich mal, wie das weitergeht im nächsten Part. Haut rein. Schade. 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 Schade.